Dieses Bild habe ich am Anfang des ersten Lockdowns fotografiert und zwar bei meinem Lieblingscafé auf der Viertelfeier Landstraße. Damals waren wir natürlich alle sehr geschockt. Inzwischen sind wir darauf eingestellt und versuchen kreativ damit umzugehen, dass wir keine öffentlichen Konzerte im Moment spielen dürfen. Es gibt natürlich auch dadurch viele neue Formate, die auch zum Teil sehr interessant sind. Aber es ist eben alles to go only. Sonst gibt es auch nur noch to go only. Und genau wie beim Kaffee, der eigentlich am besten aus der Originaltasse schmeckt, ist es auch mit der Musik. Sie schmeckt natürlich am besten in der direkten Beziehung zwischen Publikum und Musiker in einem Raum. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt an diesem schönen Morgen die sechste Caprice für Shadow Solo von Joseph-Marie Clément Ferdinand Dallabacco für euch spielen. Drehtel 어쨌든 Gardeaus Ы Seidens Nach Video Gates Kanal át Da haut 손 . 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